Wenn man mit einem Islamgelehrten oder mit einem einfachen Muslim spricht und dabei das Thema Dschihad erwähnt, dann wird oft gesagt, ja, aber wie war das doch mit diesen schrecklichen Kreuzzügen, die sind doch genauso schlimm. Sie sind doch die moralische Rechtfertigung für den Dschihad. Also lass uns nicht über den Dschihad reden, okay? Reden wir lieber über die Kreuzzüge. Nun, worüber ich gerne reden würde, das sind Fakten. Und so habe ich mir etwas Zeit genommen und eine Datenbank erstellt mit 548 Schlachten, die der Islam geführt hat. Dschihad-Kämpfe gegen die klassische Zivilisation. Und das sind noch nicht einmal alle Schlachten. Man sieht auf der Karte noch nicht viel über Afrika, Indien, Afghanistan und so. Es geht hier hauptsächlich um Schlachten gegen die klassische römisch-griechische Zivilisation. 548 Schlachten ist eine ganze Menge. Um das zu veranschaulichen, habe ich eine dynamische Karte erschaffen. Sie zeigt den Mittelmeerraum. Und ein weißer Punkt bedeutet eine neue Schlacht innerhalb einer Periode von 20 Jahren. Also jedes Mal, wenn sich der Bildschirm ändert, sind 20 Jahre vergangen. Die weißen Punkte werden dann rot und so kann man die Geschichte dann verfolgen. Das mag verwirrend klingen, aber wenn Sie es sehen, werden Sie verstehen, was ich meine. Und hier beginnt's. Der Islam bricht aus der arabischen Halbinsel aus und attackiert sofort den mittleren Osten. Schauen Sie, es dauert nicht lange, bis Sie das Mittelmeer überqueren und Spanien und Südfrankreich angreifen. Schauen Sie mal. Meistens denkt man beim Islam an Araber und an Wüste. Aber wir sehen hier, dass der Islam sich über das Mittelmeer ausbreitet. Achten Sie mal darauf, wie die Inseln im Mittelmeer überwältigt werden. Die Marine des Islam attackiert Küstenstädte, tötet, raubt, vergewaltigt und nimmt Sklaven. Immer mehr Schlachten werden geführt und immer mehr Menschen werden versklavt. Über eine Million Sklaven werden aus Europa in die islamische Welt verschleppt. Darüber denkt man nicht viel nach, aber es ist die Wahrheit. Über 200 Schlachten werden allein in Spanien geführt. Im Osten sehen wir, wie der Islam über die Türkei nach Europa vorzudringen versucht. In Spanien dauern diese Kämpfe 400 Jahre lang an, da die Christen sich wehren und die Muslime zurückdrängen. Im Osten hier ist Konstantinopel gefallen und nun wird Osteuropa überrannt. Der Dschihad kommt nun nach Osteuropa. Er wird aus Spanien verdrängt und nun ist Nordafrika und der Mittlere Osten vollständig islamisch. Das ist alles Dschihad. Unnachgiebiger Dschihad. Und warum ist der so unnachgiebig? Nun, Mohammed war unnachgiebig in seinem Dschihad. Und alle diese Leute sind gute Schüler des Islam. Und der Dschihad richtet sich gegen die Ungläubigen. Immer und immer wieder. Es war Tradition, dass ein neuer Sultan, wenn er in die Macht kam, sofort versucht, neue Kriege zu führen. Denn er wollte in die islamische Geschichte eingehen als jemand, der die Ungläubigen erfolgreich bekämpft hat. So hat also der Dschihad ausgesehen in dieser Zeitperiode. 548 Schlachten. Aber Achtung, wenn wir über den Dschihad sprechen, wird immer das Argument mit den Kreuzzügen eingeworfen. Darum habe ich eine dynamische Karte mit den offensiven Schlachten der Kreuzzüge vorbereitet. Schauen wir es uns an und vergleichen wir. Die Kreuzritter kommen in die Türkei und in den Mittleren Osten. Und hier sind die Schlachten. Aber sind es nicht weitaus weniger, als sie jetzt angenommen hätten? Hier sind die letzten Schlachten. Und das ist das Ende der Kreuzzüge. Und jetzt können wir über die Fakten reden. Ja, es gab die Kreuzzüge. Aber die liegen bereits Jahrhunderte zurück, während der Dschihad noch heute praktiziert wird. Den Dschihad haben wir schon seit 1400 Jahren. Es gibt keinen Vergleich zwischen dem Dschihad und den Kreuzzügen. Schon gar keinen moralischen Vergleich. Und wenn Sie sich die Kreuzzüge anschauen, dann denken Sie daran, dass diese gewissermaßen Verteidigungskriege waren. Warum? Wie wir bereits in der ersten Karte gesehen haben, kam der Islam aus Arabien und eroberte den Mittleren Osten. Einen christlichen Mittleren Osten. Und so haben die Kreuzritter versucht, ihre christlichen Brüder und Schwestern vom Dschihad zu befreien. Es gibt also keinen moralischen Vergleich. Die Motivation der Kreuzritter war, Christen zu befreien. Der Zweck des Dschihad ist, Ungläubige zu versklaven. Wenn Sie das nächste Mal also jemanden treffen, der sagt, oh, diese schrecklichen Kreuzzüge, dann können Sie die Fakten aufzeigen. Sie können ihnen sagen, weißt du, du hast wirklich keine Ahnung. Das war ein vieles Mal. Amen. Amen. Liebe den Jessen. Vielen Dank.